Die Teleclub Cinema Blockbuster im Juh. In ihrem vierten Langfilm-Abenteuer müssen Money und seine Freunde gegen böse Piraten kämpfen. Das ist ja vielleicht süß! Ice Age 4, voll verschoben. Flucht vor der eigenen CIA-Vernichtung. Jeremy Renner und Rachel Weisz in einem rasanten Action-Thriller. Das Born-Vermächtnis. Im Kampf gegen böse Chinesen und Russen. Knallharter Action-Thriller mit Jason Statham. Safe, todsicher. Verschuldeter Vater meldet sich im dümmsten Moment bei seinem verlassenen Sohn, um ihm um finanzielle Hilfe zu bitten. Das ist mein Junge! Adam Sandler als der Chaos-Dad. Der Segelturm einer US-Familie vor der spanischen Küste wird nach einer Entführung zur Höllentour. Ich schulde dir eine Erklärung. Bruce Willis und Sigourney Weaver. The Cold Light of Day. Die Cinema Blockbuster im Juli.